Pages Heute beschäftigen wir uns mit der Pages App. Das ist die orange App mit dem weißen Stift. Klicken Sie auf die App. Es öffnet sich Speicherordner. Um ein neues Dokument zu erstellen, wählen Sie oben rechts das Plus oder wählen Sie Dokument erstellen. Klicken Sie auf das Symbol. Sie können jetzt ein einfaches, leeres Dokument erstellen. Klicken Sie dafür auf Einfach und leer. Es öffnet sich ein neues Dokument. Mit dem Plus-Symbol können Sie Grafiken hinzufügen. Sie können wählen zwischen 2D- oder 3D-Grafiken. Sie können auch die Farben ändern. Wählen Sie eine Grafik, indem Sie auf das Symbol klicken. Die Grafik ist nun eingefügt. Sie können über das Plus-Symbol neben Grafiken auch Objekte einfügen. Gehen Sie dazu auf das Objekte-Symbol. Klicken Sie auf den Stuhl. Jetzt haben Sie den Stuhl eingefügt. So fügen Sie Grafiken und Elemente in Pages ein. So fügen Sie auf den Stuhl. So fügen Sie mit dem Laken. Untertitelung des ZDF, 2020